Ich glaube, niemand bestreitet in der Zwischenzeit mehr, dass dieses Coronavirus gefährlich ist, die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt und tödlich ausgehen kann. Und eine Gefahr ist für große Teile der Bevölkerung. Und deswegen müssen die Regierungen handeln, müssen die politisch Verantwortlichen handeln. Das sind in dem Fall die Länder, die Anordnungen treffen müssen, um die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das haben die Länder gemacht. Sie alle kennen das, Maskenanordnung, Abstandsgebot, Hygienevorschriften, Schließung von Restaurants, all diese Maßnahmen. Wenn eine Regierung handelt, wenn eine Behörde handelt, braucht sie allerdings dafür eine Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage für alles, was wir bisher an Maßnahmen haben, ist und war das sogenannte Infektionsschutzgesetz. Dieses Gesetz ist aber zugeschnitten auf eine sehr zeitlich und räumlich begrenzte Infektionslage. Und deswegen steht da nur drin als Generalklausel, die Behörden können die notwendigen Maßnahmen treffen. Das ist für eine Pandemie, also einer großflächigen, bundesweiten Ausdehnung einer solchen Infektionswelle nicht ausreichend. Sondern da muss mehr als nur dort stehen, die Behörden dürfen Maßnahmen anordnen. Sondern wir müssen genau festlegen, was dürfen die Behörden, unter welchen Voraussetzungen, wann ist das Ende dieser Maßnahmen und wer muss das kontrollieren. Und das machen wir in diesem Gesetz. Nein, durch ein einfaches Gesetz des Bundestages können die Grundrechte auch gar nicht abgeschafft werden. Aber es geht natürlich darum, dass jedes behördliche Handeln, jede Anordnung in gewisser Weise eine Einschränkung unserer Grundrechte ist. Und deswegen ist notwendig, dass für jede behördliche Anordnung ein Gesetz vorhanden ist. Dieses Gesetz schaffen wir mit dem Bevölkerungsschutzgesetz. Dort ist genau geregelt, was die Behörden dürfen, ist genau geregelt, dass das, was sie anordnen, was die Länder anordnen, begründet werden muss. Dass es befristet sein muss, dass sie dem Bundestag berichten müssen und dass der Bundestag natürlich jederzeit in der Lage ist, dieses Gesetz aufzuheben, die Maßnahmen aufzuheben oder das Gesetz zu ändern. Also zunächst mal die allermeisten Rechte, die in diesem Gesetz festgelegt sind, sind Rechte, die den Ländern zustehen. Also die Länder legen alle Maßnahmen fest durch Verordnung, müssen diese Verordnung begründen. Und alle Maßnahmen, die die Länder, also der Freistaat Bayern, der Freistaat Thüringen oder Sachsen oder Hessen oder Nordrhein-Westfalen festlegen, alle diese Maßnahmen sind jederzeit von Gerichten auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüfbar. Was heißt verhältnismäßig? Die Gerichte müssen feststellen, ob eine Maßnahme geeignet ist, ob sie notwendig ist für die Pandemiebekämpfung und ob sie angemessen ist. Das ist schon mal eine wichtige Hürde und deswegen ist es auch notwendig, dass diese Verordnungen begründet werden. Die Bundesregierung bekommt auch Grundlagen in diesem Gesetz, nämlich Grundlagen beispielsweise einen Impfplan aufzustellen, was jetzt notwendig ist, wenn der Impfstoff kommt. Und eines muss man auch wissen, sobald der Deutsche Bundestag feststellt, dass die Pandemie beendet ist, der Beschluss, treten auch alle Maßnahmen, die die Länder, die der Bund angeordnet hat, außer Kraft. Nein, das Gesetz führt keine Pflicht zur Impfung ein, sondern es gibt dem Einzelnen ein Recht auf Impfung. Das heißt, derjenige, der sagt, ich möchte geimpft werden, soll einen Anspruch haben, übrigens, ob er versichert ist oder nicht. Derjenige, der sagt, ich möchte nicht geimpft werden, muss ich natürlich nicht impfen lassen. Wichtig ist da in diesem Zusammenhang, dass das Gesetz auch regelt, dass bestimmte Risikogruppen kostenlos Masken zur Verfügung gestellt bekommen und dass man andere Maßnahmen trifft, Entschädigungen von Eltern, die auf ihre Kinder aufpassen müssen und so weiter, um das Leben für die Menschen ein Stück weit in dieser schwierigen Situation zu erleichtern.